Verrat mir das mal bitte, wie sollen wir ein halbes Bier schicken? So, das speichern wir auch mal kurz ab und da die neun... So, das ist ein halbes Bier. Und Tucki, wie war der Tag? Wie war's Arbeiten? Oder bist du noch auf Arbeit? Nääääh. Wieso war der Tag denn? Näääh. Wieso? Und so noch an? 18. 20. 21. 21. 21. 22. ich weiß ja nicht ich dachte jetzt hier alles auf hat vielleicht bist du dann auch wieder am arbeiten wo es jetzt offiziell heißt wir haben corona ja schon fast besiegt dachte ich dass klein tuki auch wieder arbeiten geht was tuki bierflasche von rechts nach links stellen ist und sie leertrinken auch nicht hallo da ja aber die sind voll tuki die sind nicht leer und ich darf es ja nicht mal trinken tuki also darf ich weiß nicht wer das macht aber gibt bestimmt welche die das tut tuki du hast gestern echt was verpasst im live stream zahler hat versucht unsere kolonie rippen zu lassen es kamen zwei raids rein ein insekten raid und ein drop raid von zahler wir haben aber kein koronisten verloren hat und und Nein, Toki, tu es nicht. Versuch du jetzt nicht auch noch. Versuch du jetzt nicht auch, die Goldie sterben zu lassen. Ein Alpaka wurde trächtig. Es hat uns so gesehen gestern, aber fast unsere kompletten Tiere gekostet. Alle Tiere sind fast komplett draufgegangen. Bis auf ein paar Lapadore und Huskies sind alle anderen Tiere draufgegangen. Und eine Bumalupe hat überlebt. Hasi ist auch gestorben, ja. Wo ist denn dein Hasi? Da ist Hasi. Guck mal, was für eine Quest gerade reingekommen ist. Guck mal, was da für eine Quest reingeplattert ist. Hilfe für Roneschien. Ist das unser Roneschien? Also ihr Lieben, ihr wisst... Ihr wisst, was zu tun ist. Wir speichern erstmal ab. Dann ist die Frage. Was sagt denn die Quest? Was haben wir da denn? Wunderschön. Wird in einem Lager nahe Badhausen vom bewaffneten Wächter festgehalten. Wenn du ihn rettest, wird er sich deiner Konjuni anschließen. Er ist ein 48-jähriger Jäger. Er sagt, dass dort ein gegnerischer Außenposten ist, der von elf Gegnern bewacht wird. Und möglicherweise eine bisher unbekannte Bedrohung. Die Liga der Hateria ist ein Stamm, mit dem wir verfeindet sind. Ein Zucki gibt es nicht. So einen neuen Jäger... Neuen Jäger... Es ist die Frage. Wir haben ja gestern von Gina... Haben wir... Bekommen... Orbitale Strahlenwaffe und orbitales Bombardement. Äh, indem du mir sagst, Tucki, welche Berufe du gerne hättest. Und dann gucke ich, welcher von dieser... Oder du guckst mal hier durch... Welcher von diesen Bewohnern dir zusagst. Und dann nenne ich ihn um ihn Tucki. Wir könnten theoretisch eine Karawane zusammenstellen. Gucken, dass wir eine Karawane zusammenstellen. Ich müsste noch irgendwo HE-Granaten haben und all sowas. Äh, und Sandsäcke. Kampflandwirtschaft. Ich könnte ja Nahkämpfer, äh, Bau, Feldarbeit, Waldarbeit anbieten. Der zweite... Braunes Stachelschwein. Tucki möchte braunes Stachelschwein sein. Okay. Colonist Rename. Braunes Stachelschwein. Der... Tucki. Assigned. Ähm, und wir könnten, äh, jetzt überlegen... Ich gucke gerade mal, wie viele Granaten ich noch hier rumliegen habe. Autoschrotflinte, äh, Splittergranaten, Molotow. Wo sind denn die HE-Granaten hin? Ich habe doch HE-Granaten gehabt. Ansonsten, wie lang? 16 Tage. Also, wir könnten, wenn wir wollten, eine fette Belagerung draus machen. Wir marschieren da ein mit Mörsern, mit Strahlenwaffen, äh, mit, äh, Bombardement. Bomben die alle weg. Äh, gib mal Ausrufezeichen Tool ein. Wenn du willst. Und danke für dein Follow. Weil dann kriegst du nämlich einmal... ...ne Auflistung. Das ist beim Bot eingestellt. Dann kannst du einmal gucken, wie du was kaufst. Wie du ein Event kaufst. Und, äh, was es kostet alles. Ist die Frage, ob wir das jetzt machen. Ich stelle schon mal hier, äh, mechanische Werkbank. Ich möchte gerne HE-Granaten herstellen. Wiederholen bist du... Sektück haben wir noch. Bis du 15 hast, 6 Stück haben wir. Wie viele EMP-Granaten haben wir? Null. Wie viele Rauchgranaten haben wir? Null. Ich bin kurz mal auf dem Klo. Gleich wieder da. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, ob wir da richtig Rambazamba machen. Hübsch. Ich bin kurz mal auf dem Klo. Wie viele EMP-Granaten haben wir hier nicht mehr. Ich bin kurz mal auf dem Klo. Und dann ist das Klo. Ich bin kurz mal auf dem Klo. Ich bin kurz mal auf dem Klo. Vielen Dank. Sorry, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich würde jetzt die nächste Zeit Rauchgranaten, HE-Granaten und all sowas herstellen. Wir müssten, glaube ich, auch noch Brandgeschosswerfer haben. Da müsste ich mal gucken. Biokodierte Waffe, Gladius, Autofrotflinte. Brandgeschosswerfer, wie weit kannst du den werfen? Reichweite 24. Okay. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Da ist dein Rotfuchs Wenn pausiert ist, funktioniert das Toolkit nicht Also das Toolkit ist so gesehen Darauf ausgelegt, wenn der Streamer sagt Okay, kurze Pause, ich muss kurz mal so hin Und er pausiert das Spiel Dann könnt ihr Kaufen noch und nöcher Also theoretisch, wenn man Arschloch ist Und man wirklich viele Leute im Chat hat Dann sagt einer Okay, wir kaufen jetzt 5 Raids Und dann chatten wir schnell Weil dann kommt zwar im Chat die Meldung Okay, hat gekauft Dann kommt der Chat von euch Und wenn ich dann nach 5 Minuten wiederkomme Weil ich mir gerade ein Brot mache Ich mache Play Raid, 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 Raid Und ich denke mir bloß, what the fuck Und ja, so einen Scheit habe ich auch schon mal abgezogen Bei einem Livestreamer Ich bekenne mich schuldig Und hallo Radler, Andi So, dann gucken wir doch mal Weltkarte Karawane formieren Einen Tag Wir nehmen Hades mit Wir nehmen Nefzaul mit Wir nehmen Die Gewehre mit Wir nehmen das LMG mit Die M4s Die Repetierer Die Maschinenpistolen Das Impulsgewehr Nehmen wir mit Den Repetierer Nehmen wir mit Ach, weißt du was Am Arsch Ist Duster Da marschieren wir jetzt ein Komm Was soll der Geiz Was soll der Geiz Wir nehmen Alle mit Wir marschieren da jetzt ein Wir nehmen mit Die Elefanten Dienen das Nashorn Die Spute Alpaka Labrador Die Boomratten Lassen wir hier Die Hunde Kommen mit Alter, das Spiel Seht ihr das gerade Im Stream Das Spiel kommt gerade Gar nicht drauf Klar, dass ich so Eine Karawane Zusammenstelle Der Stier kommt mit Tucki, du musst bedenken Wenn du einen Raid machst Kommt der Raid Zu Hause an Nicht da, wo wir Jetzt dann sind Tucki, du bist doof Tucki, du bist einfach nur doof Weißt du das? Wir nehmen die Mörser mit Wo ist die Mörsermunition? Ich sehe die Munition nicht Für die Mörser Da HE-Granaten Brandgranaten Wird mitgenommen Wir nehmen Stoff mit Ach komm, wir bauen da Barrikaden aus Holz 200 Holz Wollen wir Wollen wir Einen richtigen Overkill Von dieser Base machen? Dabei könnte es aber auch Passieren, dass Ron Liquidiert wird Ich glaube, das lassen wir Dann lieber Bevor wir Ron noch mit In den Tod reißen Das Insektengelee Kommt mit Das Insektenfleisch Bleibt hier So, dann Die Karawane Hat bloß für 2,4 Tage Essen dabei Abfahrt Wir holen Ron zurück Hallo Zana Ach, haben wir jetzt keine Medis mitgenommen? Ach, verdammt Warte Wie kann ich Karawane Abbrechen Warte Fuck, 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 fuck Wie kann ich Karawane Nicht abbrechen Ach, mit dem Porn Einladen Äh, warte Hier Ladekreuz Ach, stimmt Ich kann hier einfach sagen Ladekreuz Damit ziehen mit Hier, wir nehmen mal 50 Stück mit Und Ähm Du Lade Rauchblattjoins In die Karawane Auch 50 Stück Ihr kriegt hier richtig Jetzt wird hier aufgebrochen Du Ich bin mal gespannt Ob wir Ron Gerettet kriegen Wir haben bisher Sehr viel mit der Kolonie überstanden Mal gucken Ob wir Ron Wieder kriegen Ja, wir haben Gerade wenig Nahrung Weil das alles Weckgepackt wird Ja Die werden ja wohl mal Einen Tag Auf sich alleine Na klar kommen, oder? Na gut Ähm Ähm Arbeit Raka Raka Raka, du bleibst hier Du machst Nee, Raka Nervensau Ähm Aus Karawane Entfernen Du bleibst hier Du kümmerst dich Um die Irgendwie Gefangenen Eine Bumalupe Wurde Zer Zer Eine Bumalupe wurde So, Leute! Du... du willst... du... Nein, oder? Nein! Alter! Das ist jetzt nicht euer schein Ernst! Das ist jetzt nicht euer gottverdammter Ernst hier, oder? Alter! Alter! Und da unten ist die Tür auf! Ähm... Mach die Tür zu! Alter! Das ist jetzt nicht euer scheiß Ernst! Alter! Alter! Ah! Die Tür ist so! So! Ähm... Kommt erstmal alle hier im Pausenraum zusammen! So! Aufstellung! Tür offen halten! Tiere! Aufstellung! Kill! Hier unten! Alle Tiere da rein! Ich will kein Tier irgendwo mehr sehen! Alter! Alter! Ich... Ich... Ich krieg hier gerade eins zu viel! Ich krieg hier gerade eins zu viel! Ich krieg hier gerade eins zu viel! Ich krieg hier auf! Alter! Was macht Yuki da oben? Was macht Yuki da oben? What the fuck? Lauf! Lauf, du blöde Kuh! Lauf! Lauf! Und Bratter! Ach komm! Ach komm! Da kommt gerade Essen! Ach, da geh ich doch mal hin! Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Lauf! Und du... Alter, dann stirbst du jetzt! Alter, wollt ihr mich eigentlich gerade alle ein bisschen verarschen? Tiere! Raus aus der Karawane! Hier! Raus! Raus! Alter! Mach sie fertig! Alter! Du willst jetzt... Hier! Geh in den scheiß Karawanenplatz! Ähm... Aus der Karawane raus! Karawane! Feuer! Yuki! Yuki, Yuki! Yuki geht's gut! Yuki muss... Alter! Nein, Yuki! What the fuck, Yuki? Bleib da drin! Habe ich da unten schon Fallen stehen? Ja! Habe ich da unten schon Fallen stehen? Ja! Du... Alter! 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 Yuki! Yuki! Ab aufs Krankenzimmer mit dir! What the fuck? Ich muss sagen, ich fühle mich gerade echt gemobbt von dem Spiel! Eie! Und mit ihm? Duh! Ah! Daa... Ich bin mir bestodelt! Du... So, Zeitplan, normal, Tiere, zack, 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 fuck, ey, So, was ist jetzt hier los, hänge ich jetzt irgendwie fest. Oder warum... Oder warten sie jetzt, bis die Tiere geheilt sind, bis sie loslaufen. Puh. Gito. Du kriegst die Türe nicht zu, du kriegst die Türe nicht zu bei diesem Spiel. Alter. Abfahrt, Leute. Oh, der Yuki bleibt hier. Hier, Seepferdchen bleibt auch hier. Die Kuh bleibt. Nein, die kommt mit, okay. Alter. Auch hier, jetzt sitz... Könnt ihr bitte aufhören, durchzudrehen, ihr verratten Bastarde! Jetzt fliehen die alle! Ich... Ich koch... Ich koch... Ich koch hier grad allen zu viel! Ja, Bleeding Out 5 Stunden Möbel, Schlafplatz Krankenbett Wer ist meine Ärztin? Kolome Kolome, komm mal her Hier, rette Nicht nach dort oben hin Kolome Alter Willst du mich Machen wir noch die zweite Tür zu Kolome, du bleibst hier Kolome, du bleibst hier Wo ist's? Alter, alle nur am abgefuckt sein Äh, never Wie lang haben wir? 8 Stunden Alter Das, das hältst du den Kopf nie aus Das hältst du den Kopf nie aus Da willst du eine scheiß Karawane machen? Oh, ja, wir müssen jetzt alles zusammensuchen Oh, die Tiere stehen eigentlich zusammen Wir können da eigentlich los Gut, gut, okay, warten wir bis die Tiere zusammenstehen Oh, Mechanoiden Raid Hm, wir müssen warten bis die Mechanoiden tot sind Oh, was ist hier los? Oh, was ist hier los? Alter Und wer einer dreht auf der Scheißreise durch Dann flippe ich aus Dann quittle ich das Game Fuck you Risiko eines leichten Zusammenbruchs Fick dich Andi? Andi? Ich seh das Ich hau dich gleich, Andi Ich hau dich